Mobicon ist ein niederländisches Büro für nachhaltige Mobilität mit Sitz der Hauptsitzen in Delft, Zwolle und Ten Bosch in den Niederlanden. Ich bin Dagmar Köhler, bin jetzt hier im Berliner Büro von Mobicon und war vormals bei der Fahrradakademie am Diefu. Jetzt hier bei den Niederländern und viele von Ihnen kennen ich oder Sie kennen mich oder wir kennen uns aus meiner Diefu-Zeit. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen wissen, wer sind Sie hier? Wir sind jetzt 64 Leute im Raum. Herzlich willkommen, das ist toll. Schreiben Sie doch mal in den Chat, wo Sie jetzt gerade sind. Mal schauen, ob wir noch mehr Niederländer und Niederländerinnen haben oder wo in der Republik Sie sitzen. Da gibt es unten eine Chat-Funktion, kennt Sie sicherlich längst. Budapest, Hamburg, Aachen, Berlin. Das ist ja schon mal ein halber Ritt hier durch die Republik. Schwerin, Köln, Hallo aus München, Cottbus, Delft. Das freut mich auch. Aus Ungarn, toll. Oldenburg, sehr schön. Viele Fahrradstädte haben wir hier. Berlin, das um die Ecke, das ist auch klasse. Haben wir denn auch hier Preisträger dabei, die gestern beim ADFC-Fahrrad-Klimatest sich ausgezeichnet wurden. Aufholer. Rainer Ewerts ist Aufholer, super. Iserlohn, herzlichen Glückwunsch, Iserlohn. Karlsruhe. Gut. Schön. Große Gruppe. Erlangen, erster Platz über Städte über 100.000 Einwohner. Frankfurt, zweiter Platz der Großstädte. Glückwunsch, das ist schön. Ich habe es leider gestern nicht vor Ort geschafft, aber vielleicht waren Sie dann da. Und Gruß an die Frankfurter Kollegen, das freut uns sehr. So, heute jetzt hier. Vier Fehler der niederländischen Fahrradplanung. Woher kommt dieser Titel, der Sie jetzt hierher gelockt hat in gewisser Weise? In Deutschland, aus meiner Sicht, wer Radverkehr will, und zwar für alle, kommt an den Niederlanden nicht vorbei. Und wir sind hier in Deutschland kein Anfängerland, das ist klar. Wir haben schon relativ hohe Radverkehrszahlen, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber wir sind trotzdem 40 Jahre ungefähr später dran als unsere Nachbarn in den Niederlanden. Ich habe auch während meiner Zeit an der Fahrradakademie am DIFU oder dann beim Mobilitätsforum Bund gemerkt, dass wir die Niederländer mit einem Auge verehren für das, was sie im Fahrradbereich tun, uns aber mit dem anderen Auge doch immer mal fragen, ob hier nicht zu viel Glanz und Gloria an den Geschichten ist, ob das wirklich so sein kann, ob es keinen kritischen Blick in den Niederlanden gibt und man einfach alles macht. Oder wie kann es auch sein, dass in Zeiten von Spaltung und Populismus gerade bei uns, wo der Radverkehr so politisiert wird, in den Niederlanden alles prima läuft und prima bleibt? Oder reden wir uns vielleicht manche Dinge einfach schön? Und deswegen haben wir gedacht, wir sprechen heute mal Tacheles. Ich habe mir vier echte Niederländerinnen und Niederländer zusammengesucht, damit wir mal hinter die Kulissen schauen und einfach verstehen, was da passiert, was diskutiert wird. Ist es ein paradiesvogelartiges Gehabe oder gibt es da genauso tiefergreifende Diskurse? Deswegen haben wir heute vorbereitet für Sie vier kurze Impulse zu den vier Fehlern, die wir in einer unvollständigen Liste identifiziert haben. Eine Sneak-Preview. Es wird um ambitionierte Ziele geben und trotzdem um Lösungen, die dann so aussehen. Gibt es das in den Niederlanden vielleicht auch? Wir wollen fragen, fährt denn in den Niederlanden wirklich jeder einfach Fahrrad? Es geht darum, sind niederländische Kreuzungen ein Albtraum für Menschen zu Fuß? Und wir wollen auch mal nach den Netzen schauen und Kfz-Wirad-Verkehrsnetze anschauen. Deswegen der Ablauf jetzt. Sie hören jetzt die vier Vorträge. Schreiben Sie gern Ihre Kommentare, Anmerkungen, Fragen bereits in der Zeit in den Chat. Wir greifen die dann im Anschluss auf und diskutieren Sie erst gemeinsam im Plenum vor zehn Minuten. Und danach gehen wir in Kleingruppen. Sie können sich dann eine Kleingruppe aussuchen, mit einem der Referierenden in den direkten Austausch gehen. Also können Sie gern schon überlegen, während Sie das hören, in welche Gruppe Sie nachher wollen. Dann kurzes Housekeeping noch. Das Webinar wird aufgezeichnet, die Kleingruppen nachher nicht. Da können Sie im geschützten Raum sprechen. Und damit geht es jetzt los. Und wir schalten ins Studio nach Delft, wo meine Kollegin Tabea unsere Referierenden vorstellen wird. Ich wünsche Ihnen sehr interessante Vorträge und erstmal viel Spaß. Und wir sehen uns dann in ungefähr 40 Minuten hier wieder. Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten deutschsprachigen Mobicon Academy Video aus dem Studio in Delft. Heute zu Gast im Studio haben wir Bernhard Enzing, Angela van der Kloof, Robin van der Riet und Johan Dieb. Die uns einen Überblick in die verschiedenen Themenfelder der niederländischen Fahrradplanung geben werden, was dort nicht so gut läuft und auch uns Lösungsansätze präsentieren werden. Als ersten Gast haben wir Bernhard Enzing. Bernhard arbeitet seit vier Jahren bei Mobicon und ist das Gesicht des deutschen Teams. In den vergangenen Jahren war Bernhard unter anderem stellvertretender Bürgermeister in der niederländischen Gemeinde Kuforden, Direktor des niederländischen Radfahrerbundes und Generalsekretär der European Cyclist Federation. Heute gibt er uns einen Einblick in, was trotz niederländischer Ambitionen und guter Vorsätze bei der Umsetzung schieflaufen kann. Ich habe mir gedacht, dass ich Sie heute mal mitnehme entlang meiner Route, die ich fast täglich fahre in den Niederlanden, nur fünf Minuten lang, zum Thema, was alles schief gehen kann bei der Umsetzung auch in den Niederlanden. Wir haben wie in Deutschland gute Oberziele, Unterziele, Umsetzungspläne. Wir haben das Paris-Abkommen, wo es um die Radverkehrsinfrastruktur geht. Die Route, die ich mit Ihnen fahre heute, sehen Sie hier auf dieser Karte. Es sind eigentlich nur fünf bis sechs Minuten Radfahren von meiner Wohnung. Die sehen Sie unten rechts auf der Karte bis hin zu einem Supermärktegebiet links oben auf der Karte. Und dort ist auch der Bahnhof in Kuforden. Ich möchte fünf Beispiele zeigen auf dieser doch ziemlich kurzen Route, wobei es sich dann handelt um eine Kreuzung mit einer 30-Kilometer-Straße, an der ich wohne. Es handelt sich um einen besonderen Punkt, sagen wir mal, auf dieser Radroute, der unübersichtlich ist. Und deshalb auch etwas gefährlich. Wir behandeln, wie man trotz einer guten Route quer über einen Parkplatz fahren muss mit dem Rad. Ich zeige nicht angepasste Infrastruktur nach einer neuen städtebaulichen Entwicklung. Und wie es in Holland bestellt ist mit den Absprachen zum Kreisverkehr in der Orts. Wir fahren los. Das ist jetzt kurz nach meinem Start mit dem Rad in Richtung Zentrum. Eine ruhige 30-Kilometer-Straße, die ich gerne fahre, kein Problem. Nach einer neuen städtebaulichen Entwicklung hat es eine Querroute gegeben. Sie sehen rechts auf den Fotos, dass dort die Route über eine Brücke von einem Kanal herkommt. Und rechts, so wie sie weitergeführt werden sollte, nach Plan, den die Beamten erstellt hatten. Und da hat es aufgrund erfolgreicher Beteiligung dann eine Änderung gegeben. Das heißt, dass die Bevölkerung in dem Wohngebiet gesagt hat, ihr könnt besser nicht über diesen Fußweg diese Radroute machen, sondern einfach über eine parallel verlaufende Straße, bei der es auch keinen Durchgangsverkehr gibt. Und das ist die Lösung auch geworden. Was läuft dann schief nach erfolgreicher, guter Beteiligung? Dieses. Man hat den Plan eigentlich nicht angepasst. Bevor der Bagger kam, bevor die Bauleute kamen, wurde praktisch dieses Detail, was hier eingekreist ist und was Sie rechts im Detail sehen, nicht angepasst. Die Infrastruktur ist so ausgeführt worden, so implementiert worden, als ob man mit dem Rad die ursprüngliche Route einfach nimmt und geradeaus fährt. Aber man sollte halt die andere Route nehmen und vom Kanal herkommend praktisch links abfahren. Und Sie sehen dann auch, dass das dann übers Gras führt. Das sind kleine Details, aber es liegt daran, dass im ganzen Prozess Änderungen in Plänen nicht rechtzeitig kommuniziert werden und letztendlich bei der Umsetzung nicht respektiert werden. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel ist eigentlich gar nicht weiter weg, viel weiter weg. Dort führt die Route durch ein Sportgebiet, links Tennisplatz, rechts Schürde-Bull. Und Sie sehen an dem linken Foto, dass es eigentlich sehr unlogisch ist, dass hier diese Kurve drin ist und auch an der Ecke dann, sehen Sie auf dem rechten Foto, es einen Konfliktpunkt gibt, weil man eigentlich eine sehr unübersichtliche Situation hat. Was ist hier passiert? Das Gebäude, was Sie auf dem linken Foto sehen, dieses weiße Gebäude, wurde nicht nach Baugenehmigung gebaut. Es wurde viel zu weit nach links gebaut. Und entscheidend ist dann, dass der politisch Verantwortliche sich nicht getraut hat, um dem Verein zu sagen, ihr müsst es wieder abbrechen und weiter nach rechts verschieben. Wenn das passiert wäre und man hätte wirklich Rückgrat gezeigt, dann hätte man hier an dieser Stelle einfach eine sehr gut übersichtliche Situation schaffen können auf einer sehr attraktiven Radroute. Und jetzt hat man täglich praktisch dort wirklich Konflikte zwischen den Radfahrenden, wenn die sich unerwartet da begegnen. Das nächste Beispiel, wenn wir jetzt etwas weiterfahren, dann durch das Sportgebiet, sehen Sie links das Schwimmbad und dann hat man im Visier hinten schon diese Brücke, über die man gerne fährt, ins Stadtzentrum hinein. Eine sehr attraktive Route für mich, auch für viele Leute. Leider liegt dann das dazwischen. Sie sehen hinten die Brücke, man kommt, links sehen Sie noch kurz das Schwimmbad. Also wie hat es passieren können, dass eine solche Route nicht respektiert wird und man da geradeaus fahren kann, sodass die Parkplätze, die dann später geplant wurden, dort drumherum geplant werden. Viele Radfahrende nehmen dann auch nicht, was jetzt vorgesehen ist, die scharfe Kurve nach links und dann wieder die scharfe Kurve nach rechts, um letztendlich bei dieser gezeigten Brücke zu kommen, sondern fahren geradeaus und machen sich dann irgendwo den Weg an diesen geparkten Autos entlang. Was ist hier passiert? Eigentlich eine politische Situation. Es gab einen neuen Plan für ein Rathaus in der Innenstadt am Marktplatz. Dann haben sich die Parkgrom-Pläne geändert. Plötzlich musste ein Plan her, dass hier, sagen wir mal, gar nicht so weit weg vom Rathaus, aber halt über den Kanal, ein großer Parkplatz geplant werden musste mit so vielen, ungefähr, glaube ich, über 200 Parkplätzen. Das ist nur ein Teil, den Sie hier sehen. Und der Fokus war in dem Moment so politisch auf diesen Plan zu einem neuen Rathaus, dass praktisch die ganze Diskussion, wie machen wir hier die Radverkehrsführung, dann praktisch nicht berücksichtigt wurde. Und auch ein Stadtratabgeordneter, der noch einzugreifen versuchte, am Schluss es nicht verhindern konnte, dass praktisch genau auf dieser Route dann ein Autoparkplatz gestaltet wird. Wenn man dann letztendlich weiterfährt und man hat schon den Marktplatz überquert, dann sehen Sie hier links und rechts Infrastruktur, die zu diesem neuen Gebiet mit den Supermärkten führt. Diese städtebauliche Entwicklung, Konzentration der Supermärkte hat nicht dazu geführt und die ist schon jahrelang realisiert, dass hier die Infrastruktur für die Radfahrenden verbessert wurde. Es ist holprig, es gibt Konflikte mit dem entgegenkommenden Autoverkehr, auf dem linken Foto sehen Sie das, das ist eine Einbahnstraße. Man hat eine gefährliche Kreuzung über eine 30-Kilometer-Straße, die man praktisch als Radfahrender überqueren muss. Das sollte eigentlich nicht sein. Was hier passiert ist, ist, dass die neue städtebauliche Entwicklung nicht dazu geführt hat, dass man parallel dazu einen Umsetzungsplan gemacht hat für eine bessere Radverkehrsinfrastruktur, die praktisch den Marktplatz mit den Supermärkten verbindet. Und wenn man von den Supermärkten wieder heimfährt Richtung Marktplatz, dann sehen Sie beim Bahnübergang eine Situation, die ich fast nicht zeigen darf. Das ist anno 2023 in den Niederlanden, eine Situation, die es eigentlich wirklich nicht mehr geben sollte. Ich brauche es Experten und Expertinnen nicht zu erklären, was da falsch ist. Und was falsch gelaufen ist, ist definitiv, dass man keine Umsetzungspläne für die Radverkehrsinfrastruktur macht, während man einen wichtigen Eingriff in die städtebauliche Struktur der Stadt macht. Dann, wenn man etwas mehr Richtung Bahnhof gefahren wäre mit dem Rad, und das fahren wir ja jetzt, dann kommt man aus der Einkaufsstraße heraus, da sehen Sie links auf dem Foto, fährt auf einen Kreisverkehr zu und links hinten im Bild sehen Sie den Bahnhof. Der Kreisverkehr ist so gestaltet, dass man sich rechts halten muss als Radfahrender und dann erst mal warten muss, wo das weiße Auto steht im rechten Bild, dass man noch mal warten muss, wenn Autos aus dem Kreisverkehr kommen, beziehungsweise von rechts kommen, und auf dem rechten Foto muss man dann noch einmal warten, wenn von rechts ein Bus kommen würde, um letztlich bei der Radverkehrsanlage, die Sie hier links sehen, anzukommen. Das ist sehr unkomfortabel für die Radfahrenden und wenn man wieder nach Hause fährt, von meiner Sicht aus, dann muss man wieder warten, dort, wo das weiße Auto dann vorbeifährt. Was läuft hier schief? Es gibt in den Niederlanden eigentlich nationalen Konsensus, dass innerörtlich die Kreisverkehre so gestaltet werden, dass die Radfahrenden Vorfahrt haben, aber es ist keine gesetzliche Regelung. Meine Gemeinde, die Gemeinde Kufordn, wie die ganze Provinz Trente, haben sich dazu entschieden, diesem Konsens nicht zu folgen und deshalb müssen wir so oft absteigen. Was dazu führt natürlich, dass die Radfahrenden nicht den ganzen Kreisverkehr nehmen, sondern aus der Eikapftraße heraus einfach links abfahren, weil es dann nur eine Straße zum Überqueren gilt. Was habe ich persönlich daraus gelernt? Wie könnte man es besser machen? Besser machen könnte es meines Erachtens so, dass man bedient, was Politikerinnen und auch Verwaltungsbeamte und Beamtinnen eigentlich gerne wollen. Sie wollen eigentlich gerne punkten mit guter Radverkehrsinfrastruktur. Man kann ihnen damit helfen, dass man doch innerhalb der Verwaltung Protokolle und Checklisten einführt, dass es verpflichtend ist, dass bevor der Bagger kommt, alle Änderungen in den Plänen noch einmal gesichtet werden und dass auch bei kleineren Raumordnungs- und Baugenehmigungsentscheidungen wirklich noch einmal jemanden draufschaut und sagt, was bedeutet das eventuell für die Radverkehrsinfrastruktur. Ein zweiter Punkt, der Verbesserung bedeuten würde, ist, dass man wirklich bei städtebaulichen Maßnahmen parallel Umsetzungspläne schon macht für den Radverkehr, um zu sehen, wie man das dann konfliktfrei hinbekommt mit dem Radverkehr. Und als einziges Beispiel zur Politik hatte ich ja eigentlich nur den Kreisverkehr genommen. Also dort, wo in Umsetzungs- und Ausbaustandards es noch nicht stimmt in der Gemeinde, auch in den Niederlanden, braucht man halt politische Lobby, um das zu organisieren. So war mein Beitrag zu fünf Beispielen, die zeigen, zeigen, dass es in den Niederlanden wirklich nicht an allen Stellen gut läuft und ich könnte eine große Tour mit Ihnen machen durch die Niederlande entlang von Infrastruktur, die wirklich suboptimal gestaltet wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis irgendwann in Deutschland. Vielen lieben Dank, Bernhard, für die guten Eindrücke und auch Fehler, die dort passieren können. Als zweiten Gast begrüße ich Angela van der Klob. Angela ist strategische Beraterin bei Mobicon und ein bekanntes Gesicht in der Fahrrad-Mobilitätswelt innerhalb der Niederlande und außerhalb. In 2020 hat sie Women in Cycling mitgegründet und setzt sich für ein diverses und inklusiven Fahrradsektor ein. Aber, wie es ja immer so heißt, jeder fährt in den Niederlanden Fahrrad. Aber ist das wirklich so? Hallo, liebe Leute. Heute darf ich euch kurz auf ein Thema aufmerksam machen, das mich fasziniert. Das Fahrradparadies der Niederlande ist es für jeden da. Daher auch dieser Titel Radfahren für alle Sind die Niederländer im Ziel? Zu Beginn habe ich einige Thesen, die ich Ihnen vorstellen werde und bitte schreiben Sie für sich auf, ob Sie diesen Thesen zustimmen oder nicht. Alle Niederländer haben mindestens ein Fahrrad. Ja oder nein? Zweite These. Alle Eltern bringen ihre Kinder das Fahrradfahren bei. Ja oder nein? Dritte These. Alle Kinder in den Niederlanden machen eine Fahrradprüfung. Alle junge Menschen in den Niederlanden fahren mit dem Fahrrad zur Schule. Ja oder nein? Nummer 5. Jeder, der in die Niederlande zieht, lernt Fahrradfahren. Und dann die letzte Es ist für jeden in den Niederlanden einfach ein angepasstes Fahrrad zu kaufen. Ja oder nein? Vielleicht ist der Fazit in den Niederlanden fahren alle Rad. Oder in den Niederlanden fahren nicht alle Rad. Wirklich? Wieso dann? Auf keiner von dieser Thesen ist ja das Antwort. Es ist nie für alle Leute in den Niederlanden. Ein paar Zahlen. Wieso nicht alle in den Niederlanden Rad fahren? 64 Prozent aller Niederländer fahren täglich oder mehrmals pro Woche Rad. Also das sind ganz viele. Aber 22 Prozent fahren fast nie oder nie Rad. Das sind 3,6 Millionen Niederländer. Sind das dann alle Babys und sehr alte Menschen? Nein. Wir wissen, welche die Kennzeichen sind von Leuten, die viel und Leuten, die nicht viel fahren oder überhaupt nicht fahren. Am linken Seite sieht man die Kennzeichen von fast nicht Radfahrern. Das sind Senioren, Menschen, die keine Arbeit haben, Menschen, die gering qualifiziert sind, Menschen mit geringem Einkommen und Menschen mit einem nicht westlichen Migrationshintergrund. Kennzeichen von Alltagsradlern sind Kinder und junge Menschen, Schüler und Studenten und Leute mit einem niederländischen Hintergrund. Wir wissen aber auch, dass es komplex ist. Es gibt verschiedene Überschneidungen von diesen verschiedenen Kennzeichen. Und was auch wichtig ist, hiervon mitzunehmen, ist, dass die Möglichkeit, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen, besonders wichtig ist für Kinder und jugendliche Leute, weil die haben kaum keine Alternativen in vielen Gemeinden. Nun werden Sie vielleicht denken, naja, okay, das mag sein, aber das muss doch überhaupt kein Problem sein. Man darf doch wohl selbst entscheiden, ob man das Fahrrad benutzen will oder nicht. Und im weiteren Verlauf dieses Vortrags werde ich erklären, warum es nicht so schwarz-weiß ist und warum dies in unserem Fahrradparadies durchaus ein Problem darstellt. Um Rad zu fahren, muss man Zugang zum Radfahren haben. Genauso wie man Zugang zum Autofahren haben muss, um Autos fahren zu können oder Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln um damit zu fahren. Also wie kann man keinen Zugang zum Radfahren haben? Es gibt, wie man auf diesem Slide sehen kann, drei Elemente, die das Radfahren zu einer Option machen. Und die Elemente sind Kompetenz, Zugang und die Akzeptanz von Radfahrens. Die Akzeptanz, das heißt, alle Bilder und auch Emotionen, die Leute haben, beim Wort Radfahren. Ist das wirklich etwas für mich oder ist das was für andere Leute? Kompetenz, das ist, wenn man keine Kompetenzen hat, dann kann man überhaupt nicht Rad fahren. Vor allem sind das Erwachsene und Kinder, die nicht in die Niederländer geboren sind. Und in den Regeln haben die keine Erfahrung mit dem taglichen Radverkehr. Und es können auch Kinder sein, zum Beispiel, die immer auf dem Rücksitz im Auto sind. Die haben keine Erfahrung im Verkehr und die haben nicht die Kompetenz gut zu fahren. Das andere Element, das ist Zugang. Es gibt Menschen, die kein Fahrrad haben, zum Beispiel, weil sie nicht Fahrrad fahren können. Das ist auch logisch, aber es kann auch sein, dass man sich das Fahrrad fahren nicht angeeignet hat, kein Angebot an Fahrrädern finden kann, dass gut passt oder dass man kein Geld hat, ein Fahrrad zu kaufen oder zu leinen, mieten oder ich weiß was. Und dann das dritte Element, Aneignung, Menschen, für die das Radfahren weit weg ist, die keinen Bezug zum Fahrrad oder Radfahren haben. Die haben es nie gelernt, die haben nicht gelernt, das richtig zu machen und die denken, das ist nichts für mich. Ich habe soeben dargelegt, dass das Fahrrad als tagliches Verkehrsschnitt für Kinder und Jugendliche in den Niederlanden besonders wichtig ist und sie haben in den meisten Gemeinden nur wenige gute Alternativen. Also für diese Gruppe ist es ganz wichtig, dass die drei Elemente alle da sind, dass sie wirklich mitmachen können in unser Land. Eine Studie, die wir letztes Jahr für das Ministerium für Infrastruktur durchgeführt haben, ergab folgende nationale Zahlen. Vor allen Kindern von sechs bis siebzehn Jahren besitzt ein von 28 kein Fahrrad und ein von 20 Kindern fährt nie oder fast nie mit dem Fahrrad. Und wenn man dann im stark urbanen Gebiet guckt, dann besitzt ein von 14 Kindern kein Fahrrad und ein von elf Kindern fährt nie oder fast nie mit dem Fahrrad. Also das ist 9% und das ist nicht wenig, wenn man versteht, wie wichtig es ist, dass alle Kinder mitmachen können und Chancen haben in ihrem Leben. Also was wir auch wissen ist, dass über 93% aller Grundschulen nehmen an theoretischen Verkehrsprüfungen teil. Also das sind natürlich viele Schulen. Das sind 200.000 Kinder im Jahr in älter 10 bis 11 Jahren. Aber das sind nicht alle Kinder. also auch 83% der Schulen nehmen teil an der praktischen Verkehrsprüfung. Also das sind weniger als die Schulen, die nur das theoretische Praktikum machen. Warum das finanziell alles nicht geht. In fast allen Schulen, also von diesen 83% der Schulen, die mitmachen mit der Verkehrsprüfung, aber fast in allen Schulen gibt es Kinder, die nicht mitmachen. Und in der Hälfte dieser Fälle ist der Grund dafür, dass diese Kinder nicht gut genug Fahrrad fahren können. Also genau die Kinder, die nicht gut Fahrrad fahren können, die machen dann nicht das Praktikum. Es gibt auch Schulen, wo es Kinder gibt, die kein Fahrrad haben oder ein Fahrrad, das nicht in gutem Zustand ist und dann dürfen die auch nicht mitmachen. Also das ist wichtig zu verstehen, dass das der Verkehrsprüfung ist nicht obligatorisch in die Niederlande. Viele Schüler machen das aber nicht für alle Kinder und die Kinder die nicht mitmachen das sind eigentlich die Kinder die das am meisten brauchen. Ja, aber warum ist das dann eigentlich ein Problem? Die meisten Kinder und Jugendlichen fahren doch Fahrrad oder? Eigentlich wollen wir dass so viele Menschen wie möglich Zugang zu unserem guten Fahrrad System haben. Das ist gesund, das ist sozial, Kinder können teilnehmen an der Gesellschaft, das Klima, das ist auch gut für das Klima, es gibt mehr saubere Luft, weniger Risiko der Mobilitätsarmut und das Fahrrad ist dann auch ein allgemeines Verkehrsmittel in der Mobilitätswende der weniger geeignet ist, wenn weniger Leute Fahrrad fahren können und das auch machen. Also das ist wirklich wichtig, nicht nur für die Menschen selber, sondern auch für die Gemeinschaft alles zusammen. Also was machen dann die Verwaltungen in den Niederlanden mit diesen Informationen, die wir besser und besser wissen. Es gibt jetzt ein bisschen mehr Bewusstsein, dass wir lange davon ausgegangen sind, dass jeder Zugang hat zu Radfahren, aber dass das nicht so ist. Ein paar Beispiele für Lösungen in den Niederlanden. Zum Beispiel am Moment gibt es mehr Aufmerksamheit für Radfahrunterricht in der Schule. Natürlich ist das nichts Neues, aber es gibt mehr finanziell Support für Schüler oder für Organisationen, die das übernehmen von den Lehrern, die das auch nicht alles selber machen können. Ein anderes Beispiel sind Pläne für Kinderfahrräder, die Bereitstellung von Fahrrädern für Kinder, die in armen Familien aufwachsen. Das ist auch ein ziemlich großes Projekt momentan in den Niederlanden. Und dann gibt es auch Radfahrunterricht für Frauen. Auch das ist nicht neu. Das gibt es schon lange, aber jetzt wird es in verschiedenen Gemeinden stärker beachtet. Diese Beispiele, es gibt auch solche Beispiele natürlich in Deutschland. Und das ist auch wichtig, dass wir voneinander lernen können. Und das letzte Beispiel, das ich geben will, ist Monitoring, Forschung und Sensibilisierung von Fachleuten. Ein großer Teil der Menschen in den Niederlanden fährt Rad, aber es gibt Gruppen, die zurückbleiben. Die profitieren von spezifischen Programmen und Aufmerksamkeit. In der Mobilitätsbranche ist es nicht offensichtlich, dass es solche Individualisering von Programmen gibt. und um jedoch den Übergang zur Mobilität für alle Menschen zu ermöglichen, wissen wir heute, dass den Unterschieden zwischen Menschen und den entsprechenden unterschiedlichen Bedürfnissen mehr Aufmerksamheit geschenkt werden muss. Und also auch in einem Fahrrad Paradies muss man immer über den Tellerrand schauen. Wir bleiben kritisch und Radfahren für alle kann immer besser werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieben Dank Angela. Als dritten Gast haben wir Robin von der Gint. Robin ist vor allem tätig in der Straßenplanung und hat unter anderem in Schweden bei Rambol und Ikea gearbeitet und seit letztem Jahr bei Mobicon tätig. Er wird uns einen Einblick in die niederländische Kreuzung geben. Sind die wirklich gut gestaltet oder doch ein Albtraum für zu Fuß gehende? Hallo, danke Tabea. Niederländische Kreuzungen und besonders geschützte Kreuzungen werden oft präsentiert als optimale Lösungen für Radfahrer. Aber wie Menschen zu Fuß erleben ist vielleicht einer der großen Fehler der niederländischen Fahrradplanung. Heute betrachten wir Welche Konflikte bekommen wir und wird das ein Hauptraum für Fuß gehenden? Fakt ist, wenn Radwege an diese Kreuzungen introduziert werden, resultiert das in extra Konflikten zwischen Fuß und Radverkehr. Und das kann ein besonderes Nachteile sein für Fuß gehenden. Sie bekommen weniger Platz und beim Queren müssen sie auch Radverkehr beobachten. Auch in den Niederländen selbst wird das oft diskutiert. Während bei jedem Zentimeter am Radverkehr gedachtet werden, werden zum Fuß gehenden manchmal vergessen. Und bei geschützten Kreuzungen resultiert das zum Beispiel in so enger Abstellbereiche. Und ich erlebe das selbst, wenn ich mit meinem Sohn und Kinderwagen unterwegs bin. Wann passieren diese Konflikte? Es gibt Momente, wenn der Ampel für zu Fuß gehenden rot ist. Und dann ist es einfach und kann man relativ ohne Eile diese Aufstellflache erreichen. Vielleicht ist es dann auch kein Problem, um Radfahrenden Vortritt zu lassen, sodass sie eine grüne Ampelphase nützen können. Aber das funktioniert nur, wenn die Aufstellflache groß genug sind. Die Konflikte passieren hauptsächlich wenn der Ampel für zu Fuß gehen einen Grund zeigt und es gleichzeitig querenden Radverkehr gibt. Und das ist eine große Herausforderung für Menschen, die eigentlich keinen Augenkontakt machen können. So, wie kann es besser laufen? Wie kann man diese niederländischen Kreuzungen besser machen? Und was gibt es für Alternative? In verschiedenen Ländern ist die Praxis Radwege vorher an Kreuzungen zu enden. Damit finden die Ecke ein bisschen wie Mischflächen. Das kann funktionieren bei kleiner Verkehrsmengen. Aber das resultiert auch in gemischten Botschaften. Es ist nicht unbedingt deutlich wann es ein Mischfläch ist und wann es ein ordinärer Gehwerk ist. Das wird resultieren in Ungewissenheit für Radfahrenden wo man radeln möchte und wo nicht. Und für Füßgehänden ist es nicht deutlich wo sie Radfahrenden erwarten können. Als Alternativ kann man diesen Raum deutlicher entscheiden. Das macht einen großen Unterschied bei geschützten Kreuzungen ob der Raum für Gehwege und Radwege deutlich unterscheiden ist und ob die Ausstahlflachen groß genug sind. Zum Beispiel links sehen wir kaum keinen Unterschied sind die Rad- und Fußwege und fast keine Absteilfläche während rechts ist das viel deutlicher und räumlicher definiert. Dann kann man auch entscheiden um zu Fußgängen mehr Priorität zu geben zum Beispiel mit Zebrastreifen. Das ist nicht die Praxis in den Niederländern und das Argument davor ist dass Radverkehr oft Fußverkehr ignoriert. Aber dieser Verhalten ist auch ein bisschen durch diese Praxis entstanden. So vielleicht können wir darin besser werden. Um Fußverkehr noch mehr zu prioritären können die Gehwege auch erhöht durchgeführt werden. Das Höhenunterschied trägt daran bei, dass Radfahrenden sich mehr anpassen möchten an Zu-Fuß-Gehenden und Zu-Fuß-Gehenden behalten ein exklusives Raum die sie für sich selbst nützen können. Eine Lösung die ich absolut nicht rekommendieren möchte bei geschützten Kreuzlingen ist um Ampel über die Radwege zu implementieren. Das wird unnotlich kompliziert werden und nicht hilfreich sein. Viele Vorteile der geschützten Kreuzlingen gehen damit verloren. Zum Beispiel die vorgesogenen Haltelinien und die kürzere Queringslänge. Auch für zu-Fuß-Gehenden. Und wenn man über diese Konflikte redet, muss man auch ein bisschen relativieren. Wie gefährlich sind diese Konflikte eigentlich? Das Risiko ist bedeutlich geringer als bei Fahrzeugen mit hoheren Gewicht und Geschwindigkeit. Und für Menschen zum Fuß und im Rad ist es einfacher, um aufeinander zu reagieren. Mit kleinen Anpassungen können sie umeinander navigieren. Und liegt ein Teil des Konflikts eigentlich nicht ein, dass wir das Autoverkehr im Stadt eigentlich zu viel Raum gegeben haben? In jedem Fall ist es wichtig, dass wir den Kontext beobachten. Wie wichtig ist Fuß- und Radverkehr auf dieser Platz? Was sind die Verkehrsmengen und wird das zu Konflikten leiten? Und wer so Priorität haben? Verschiedene Kontexte brauchen auch verschiedene Lösungen. Und vielleicht ist die beste Lösung kein Geschütze Kreuzung, aber etwas anderes. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Robin. Und weiter geht es mit Johann Diepens. Johann hat vor 37 Jahren MubiCon gegründet. Und hat die niederländische Expertise weit über die Grenze hinaus gebracht. Neben der Niederlande und Deutschland ist Mobicon auch in Kanada und den USA tätig. Er wird uns einen Einblick in die Netzwerkplanung geben. Ist dies eine Grundlage für einen neuen Mobilitätsansatz? Guten Tag. Ich möchte gerne etwas reden über Netzwerke. Ich denke, Netzwerke richtig das Grundlage sein für einen neuen Mobilitätsansatz und möchte gerne weiter über reden. Wenn wir reden über Netzwerke, dann geht es manchmal über Leute, die von A nach B gehen und Netzwerken reden. Wir reden manchmal über MIV-Netzwerke und nicht öffentlichen Nahverkehr, aber das Radverkehr und das Fußgängerverkehr finden wir ein bisschen schwer. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir die Netzwerke für Fahrräder und Fußgänger entwerfen aus Perspektiv des Nützes. Hier kann man ein Bild sehen von Amsterdam. Viele Leute sind einmal in Amsterdam gewesen und was man hier sieht ist eigentlich, dass Aktivitäten gibt in der Stadt. Da möchten Leute gerne zugehen und das macht das eine lebende Stadt und dass sich die Aktivitäten auf dem Platz. Wenn wir reden über ein Netzwerk für das Fahrrad dann gibt es viele Sachen das dabei gibt. Aber ich denke dass es wichtig ist dass wir über die Aktivität und die Schönheit eine Route reden und über Verkehrssicherheit. Die Direktheit ist wichtig wenn die Abstand lange ist und dass es einen Vorteil gibt für die Fahrräder. Hier sieht man die Tunnel und der Mars in Rotterdam und das ist eine wichtige Route für den Radverkehr um zu der anderen Seite zu zu mit Verkehrssicherheit können wir lange reden aber was wir gefunden haben über die ganze Welt ist dass es eine große Verschienenheit gibt zwischen 30 und 50 Kilometer pro Stunde mit Mixen und Trennen Das Mixen durchgeht auch in 50 und es passiert etwas dann ist die Chance dass man getötet werde ganz groß 85% so 30 und 50 ganz wichtige Geschwindigkeiten in der Stadt über Verkehrssicherheit Wenn wir reden über Netzwerke ist eigentlich wie die Nerven von einem Blatt man startet vom Haus und dann bekommen eigentlich eine große Gruppe und so kommen die Routen und wir sehen manchmal dass die Routen auf diese Weise aufgebaut sein müssen und eigentlich die feinen Gebiete von einem Blatt sind die 30 Kilometer so die Wohngebieten und dann geht man zum Zentrum oder zum Arbeitsgebiet oder Schule und das ist ganz wichtig das Problem das wir in Holland haben ist dass wir viel Daten haben sicher viel Daten über das MIV Verkehr aber sehr wenig Daten eigentlich über die Fußgange und auch wenig Daten über das Radverkehr das geht ein bisschen schneller jetzt das Radverkehr aber es ist nicht ein Standard dass eine Gemeinde oder eine Provinz täglich Untersuch macht nach die Data oder die Data einsammelt das gibt ein Problem für die Netzwerke und wie wissen wir schon am Anfang wo die Fahrräder sind das haben wir auch schon gearbeitet mit das gleiche Problem in Deutschland und wir haben da einige Sachen gemacht wir haben an der linken Seite sieht man dass wir ein Automodell gebrauchen und die Längte von 5 Kilometern gebraucht haben von das das ist der Markt wo man auch an das Fahrrad gehen kann und dann gehen wir nicht auf den Weg eigentlich in Vogelflucht wir nennen das ein Star machen wir damit und dann können wir die Routen machen von wo sind eigentlich die Interessen von Leuten um eine Bewegung zu machen kurzer dann 5 Kilometer das kann man auch kombinieren mit Ungefall Data das sieht man an die rechte Seite und damit zusammen hat man eine Idee wo die Probleme sind für die Fahrräder und was für Verkehrssicherheit dann haben wir auch Daten von bestimmten Zielgruppen zum Beispiel von einer Schule sieht man hier man kann gut ansehen wo kommen die Kinder von und auch haben wir die Routen von den Kindern im heutigen Netzwerk gebracht all das zusammen kann man eigentlich ein Netzwerk machen vor einigen Jahren haben wir für die Stadt Chauda gearbeitet von die Käse ein bisschen Promotion machen für Holland und da haben wir eigentlich gesagt okay das ist die Strasse Kategorisierung für MIV Verkehr das grüne ist 50 blau ist 80 rot ist 100 und dann ist das eigentlich das Wichtige was ich sagen möchte ist dass das Fahrradnetzwerk ganz etwas anderes ist dann das Auto das MIV Netzwerk viel detaillierter wie die Nerven von das Blatt viel und diese Routen gibt man eigentlich in 30 kilometer zone und wenn man das einmal ansehen wieder das Autonetwerk und das Fahrradnetz sind ganz anders dabei haben wir auch gesagt was sind die 30 kilometer wichtig für die Fahrräder aber auch für die Fußgänger und das kann man hier ansehen in den Jahren 90 habe viele Gemeinde in Holland haben dieser Netzwerk Plan gemacht und jetzt sehen wir dass es wichtig ist dass wir wieder eine neue Stellung machen weil es gibt einige Probleme und möchte ich gerne weiter überreden eigentlich ist es ganz einfach was wir machen mit mischen und trennen denn das eine wichtige Diskussion ist 10 ist für die Fußgänger 20 ist Fußgänger und Fahrräder 30 eigentlich ist immer der Fußgänger getrennt und mixen wir die Fahrräder mit Mopeds und das MIV und 50 ist alles getrennt Fahrräder Fußgänger und das MIV Verkehr geht das gut nicht immer die Niederlande sind ein Land von zu viele Kompromisse das kann man hier sehen im Nordwijk eigentlich muss es eine Spielstrasse sein mit 15 aber eigentlich gibt es auch Shops und eigentlich ist auch eine Runde für die Fahrräder und die Mopeds und kann man hier sehen dass wir immer Wahlen machen von Dammach es dann geht es nicht und ich denke dass es ein Problem in Holland ist dass wir zu viele Kompromisse machen dass ein Bild von ein Fahrräder in Amsterdam und was wir auch sehen ist dass eigentlich es ist zu voll wir haben jetzt viele Fahrräder mehr Fahrräder dann Menschen in Holland und auch ist der Verkauf von E-Bikes geht schneller und schneller das macht uns dass die Geschwindigkeit nicht das gleiche mehr für das Fahrrad für den Radweg die Breite ist nicht genug und eigentlich sehen wir dass ein Status Quo haben in die Diskussion dort über was ist die Geschwindigkeit auf Radweg und wer möchte da kommen und wer nicht die Mopeds haben jetzt alle einen Helmert muss sie dann bei das MEV oder nicht und eigentlich geht die Diskussion nicht schnell genug um die Realität mitzunehmen in meine jungen Jahre habe ich in dieser Zeit gelebt dass wir an Spielstrasse die erste Spielstrasse da habe ich damals gewohnt und gespielt und da war sehr schön aber in Holland sind wir eigentlich die Spielstrasse vergessen in der heutige Neubau sieht man das ja gar nicht mehr und auch der frühere Spielstrasse sind eigentlich ein bisschen Vergangenheit und das gibt ein Problem für uns dass wir sagen ja eigentlich 30 Kilometer pro ist genug aber auch das Verkehrssicherheit jetzt ja es geht nicht gut da waren Verletzte und auch Töte in 30 Kilometer und eigentlich müssen wir wieder ein bisschen zurück zu der Zeit und das Entwerf von Spielstrasse und vielleicht etwas dazwischen aber wir müssen mehr Klarheit geben dass wir richtig die 30 bekommen in die 30 Kilometer auch haben wir eine Diskussion gehabt die 50 Kilometer Strasse gab schon ein Netzwerk um Rauda hat sich so schon angesehen und eigentlich sind haben wir immer noch zu viele 50 Kilometer Strasse und es fröhlich mich sehr dass wir jetzt eine Diskussion haben um die Umstellung von 50 nach 30 viele Städte in Holland haben gesagt okay wie möchte eigentlich ganz 30 sein ist das möglich und hier sieht man was passiert ist im Delft es war eine zwei Bahn Straße in eine Richtung für das MIV und es ist umgesetzt nach einer Bahn abstellen von MIV eigentlich geht das viel besser es gibt viele Shops hier und viele Fußgänger und auch viele Fahrräder so das ist mir eigentlich ein Gebiet das sagt okay hier muss man 30 fahren und das geht eigentlich ganz gut ein bisschen positiv am Ende vielen Dank für die Zeit das mir gegeben haben und ich freue mich auf Ihre Fragen Vielen lieben Dank an alle unsere Expertinnen und Experten für den Einblick in die jennische Radplanung und was dort nicht so gut läuft Ich hoffe wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben in die Fehler und zeigen dass die Niederlande mit der Radplanung nicht fertig ist sondern dass hier trotzdem dem Fortschritt kritisch reflektiert wird und auch einiges auf dem Weg zur Verbesserung ist somit Tschüss aus dem Studio in Delft und zurück zu Dagmar Herzlichen Dank vielen Dank an dich Habea an alle Referentinnen und Referenten und zurück hier in den Raum ich lade Sie alle ein Ihre Videos anzuschalten weil wir jetzt mehr in den Austausch miteinander gehen können nachdem wir hier gerade ein großes Potpourri an Themen durchlaufen haben wir haben von dem Unterschied zwischen Theorie und Praxis gehört wir haben darüber gesprochen wenn eigentlich nicht Fahrrad fährt über geschützte Kreuzungen eines unserer geliebten Themen hier in der Radverkehrsbubble in Deutschland und über die Netzwerke und die Trennung nach Verkehrsmitteln oder auch anderen Kriterien Dank jawel an Johann Robin Angela Bernhard und Tabea auch dass ihr das alles auf Deutsch macht sehr sehr schön diese Vorträge haben wir und ich sehe euch auch alle das passt gut also herzlichen Dank für den Input Frank Otte muss sich verabschieden tschüss danke fürs Kommen und jetzt geht es genau in ihre Fragen wir haben jetzt zehn Minuten hier im Plenum zusammen da können wir ein paar übergeordnete Fragen klären die sie haben ja einige schon in den Chat geschrieben und den Rest klären wir dann in den Untergruppen wir sind hier in die vier Gruppen aber vorneweg ein paar allgemeinere oder übergeordnete Fragen und zwar in den Niederlanden läuft ja jetzt wohl auch nicht alles rund wie wir gehört haben warum ist es jetzt nochmal gut warum ist Deutschland nochmal gut beraten dass wir überhaupt in die Niederlande schauen da erstmal an Bernhard die Frage und dann gerne auch an die anderen Ja ich glaube schon dass es nicht lohnt trotz aller Fehler die wir heute auch aufgezeigt haben und Sachen die wir vergessen und besser machen können glaube ich schon gehören die holländischen Planerinnen zu den Besten was die Straßengestaltung betrifft also das lohnt sich schon aber ich glaube wenn man nach Holland fährt diese Erfahrung um in die Zukunft schauen zu können wenn Radverkehrsplanung Radverkehrsförderung in Deutschland in der Schweiz in Österreich wirklich zum Erfolg führt dann kann man jetzt schon in den Niederlanden natürlich erleben wie viel Radfahren es dann letztendlich in der Stadt oder auf dem Dorf geben wird und kann man zum Beispiel auch was das Fahrradparken betrifft etwas in die Zukunft schauen welche Quantitäten und Qualitäten braucht man da auch fürs Fahrradparken und gleich als letztes das haben wir glaube ich nicht so viel gezeigt aber ich glaube schon dass die Niederlande auch führend sind in der Gestaltung von Radverkehr im ländlichen Raum und in den kleineren Städten und da würde auch die deutschen oder ausländischen Gäste dazu einladen wollen dass man sich in den Niederlanden nicht nur umschaut was die Städte betrifft Utrecht Rotterdam und so weiter sondern sich auch Städte wie Zwolle oder NGD anschaut und den ländlichen Raum wie wir da glaube ich gestalten also es lohnt sich glaube ich sich umzuschauen in den Niederlanden und bei den Planern zu schauen wie die das machen hier Frage auch an alle in den Raum wer war denn schon mal in den Niederlanden und hat sich Radverkehr angeguckt beziehungsweise mitten reingestürzt ins Getümmel Sie können ja hier unter Reaktion also wer die Tür anhat genau kann auch eine Hand heben und sonst gibt es eine digitalen Funktion unter Reaktion ich sehe 10 11 12 13 es werden immer mehr Hände also viele waren schon mal da und wissen worüber wir reden sozusagen ja das werden immer mehr sehr gut ein informiertes Fachpublikum danke dafür wer ich würde sagen solange wir im Plenum sind schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat nachher machen wir das auch der Tonspur gleich in fünf Minuten in den Gruppen eine Frage die sich ergeben hat aus den Vorträgen Johann Diepen sagte in seinem Beitrag die Niederlande machen zu viele Kompromisse was bedeutet das denn für Deutschland wir haben ja zunehmend verbitterte Kämpfer auch auch um Zentimeter um Radwege um Radinfrastrukturen vielleicht weil wir zu wenig kompromissbereit sind oder ist das Narrativ oder die Erzählung aus Holland dass es zu viele Kompromisse gibt eher eine Warnung dafür dass wir auf Qualität und unsere Anforderungen insistieren sollten um überhaupt die Chance zu haben mit unserer Radinfrastruktur aufzuschließen ohne die gleichen Fehler wiederholen zu müssen Die Frage an Johann Bernhardt Robin und ich denke und ich denke und ich denke auch um die Partizipation dass das weitergehen kann dass es eigentlich geht es nicht nur um ein Prinzip vor allem das MIV oder das Fahrradverkehr aber geht es manchmal über das das Leben in einer Stadt oder ein Dorf die denken dass es gut ist um mit den Leuten zusammen zu reden ich sage immer jeder ist ein Mobilist und ein jedes Mal ist man Fußgänger jedes Mal an das Fahrrad und das nächste Mal an MIV so das geht alles zusammen und das ist manchmal richtig ich bin ein Fahrrad und ich bin ein MIV aber Kompromisse ist besser aber im Holland-Markt-Wir macht man zu viele Kompromisse da muss man auch wenn man das ist 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 aber das geht ein bisschen zu weit bei uns oder vielleicht andere Also eine Erfahrung jetzt in den Diskussionen bei deutschen Auftraggebern ist das was Johann glaube ich auch schon angesprochen hat dass man vielleicht die sagen wir mal die Kämpfe zu spät einsetzt man muss glaube ich frühzeitig in den Beteiligungsprozessen auch die eigenen Kollegen in der Verwaltung auch die eigenen Kollegen in der Verwaltung von den anderen Abteilungen Grünamt spielt oft eine große Rolle Denkmalschutz spielt eine große Rolle und so weiter und wenn man jetzt dort wo man irgendwie mal Kompromisse schließen muss weil es halt andere gute Anliegen gibt die berücksichtigt werden muss dann muss man das halt frühzeitig glaube ich in der Planung mit den Beratern und Beraterinnen schon diskutieren sodass man schon was Getragenes von verschiedenen Seiten auf den Tisch legen kann und das Zweite ist was ich feststelle ist noch einen Graben zwischen sagen wir mal politisch abgesegneten Zielen und dann Verwaltung jetzt mach mal wo in den Zielen Inkonsistenz teilweise da ist ihr müsst die Leute mitnehmen und Parkplätze abschaffen solltet ihr eigentlich nicht aber die Ära Breiten der Radwege sollten schon nicht nur minimal berücksichtigt werden und das gibt dann teilweise sagen wir mal für die Umsetzungspläne für die konkrete Planung also Leistungsphase 2 und 3 sozusagen dermaßen Mission Impossible also Unmöglichkeiten sodass man später wirklich die Konflikte dann nochmal lösen muss weil nicht alles unter einen Hut gebracht werden kann an den Zielen und deshalb muss dieser sagen wir mal Kompromisse schließen muss praktisch viel früher stattfinden sodass man da den Planern und Planerinnen auch sagen wir mal getragene Grundsätze und Leitlinien für bestimmte Räume schon mal mitgeben kann Okay wir haben noch zwei zwei konkrete Fragen im Chat die jetzt nicht eindeutig den Vorträgen zu zuordnen sind deswegen nehmen wir die noch bevor wir gleich in die Kleingruppen gehen sind 15 Kilometer pro Stunde in niederländischem Gesetz Spielstraßen gesetzlich vorgeschriebene Geschwindigkeit Robin bist noch ja stimmt das ist ja eigentlich redet man über Geschwindigkeit die übereinkommt mit der Geschwindigkeit der Syphys-Genden aber das ist ein Kompromiss dass das 15 Kilometer pro Stunde geworden ist Das ist die besagte Kompromissbereitschaft da schließt sich der Kreis okay vielleicht ein bisschen zu stellen vielleicht ein bisschen okay zwischen Theorie und Praxis liegen auch Welten und ich noch die Frage von Susanne Jäger ist ja sehr spannend die hier auch gestellt wird welche Rolle spielt die Verkehrssicherheit bei der Überprüfung und Weiterentwicklung Vision Zero ist ja nicht erreicht darüber haben wir auch viel gesprochen es ist ja als ich auf Exkursionen gegangen bin nach Utrecht Zwolle und Hauten mit der Exkursionsgruppe der Fahrradakademie dass es ein Thema ist wie geht es jetzt weiter mit Verkehrssicherheit und Vision Zero wer kann sich dazu äußern Robin du vielleicht das ist auch immer noch ein Thema die sehr viel diskutiert wird in den Niederländern letzte Woche waren die Zahlen präsentiert von den Verkehrsunfällen und wir haben immer auch hier in den Niederländern ein mehr Verkehrsunfälle im letzten Jahr so das geht nicht in richtigen Richtung so wir müssen auch da immer noch mit arbeiten die Diskussion geht auch über dass Fahrradfahrer Helmen tragen müssten das sage ich aber wir sehen auch dass 70% der Unfalle mit einem Motorfahrzeug war und das 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 ist das ist ja dass wir bei der Diskussion da nicht überreden dass wir nicht reden über die großen Probleme die eigentliche überreden ja und es gibt ja auch aufgrund der Entwicklung rund um die Verkehrssicherheitszahlen ein ganzes Programm auf nationaler Ebene was was sie der Wissenschaftsamt des Ministeriums umsetzt und auf allen Ebenen von der Bundesebene auf die Region auf die Provinzen geht und diese Risikofaktoren identifiziert und Maßnahmen erarbeitet und so weiter da ist ein großes Programm jetzt schon eine ganze Weile in Gang was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte und überlegen kann was wir auch hier brauchen im Land die Frage nach Geschwindigkeitsbegrenzung auf Fahrradwegen würde ich sagen die passt gut in die Gruppe 4 und deswegen nehmen wir jetzt uns auch Gelegenheit in die Breakout Groups zu gehen damit jeder hier zu Wort kommen kann wer kein Mikrofon haben sollte oder kein Video kann auch in der Breakout Gruppe den Chat nutzen aber alle die es haben sind herzlich eingeladen davon auch Gebrauch zu machen wir haben vier Gruppen und zwar können Sie sich aussuchen mit welchen der Referenten oder Referentinnen Sie jetzt sprechen wollen und zwar unten auf der Leiste gibt es den Button Breakout Rooms da können Sie mal draufklicken und sich gleich ihren Raum aussuchen Raum 1 ist mit Bernhard Enzing der hatte über ambitionierte Ziele und dann das gesprochen bei Raum 2 gehen Sie mit Angela van der Kloof in einen Raum da geht es um die Frage in den Niederländern fährt jeder Fahrrad wirklich was machen was sind die Aspekte drumherum Angela versteht Deutsch gut wird aber voraussichtlich eher auf Englisch antworten damit die Diskussion besser läuft also berücksichtigen Sie das bitte bei Ihrer Wahl dann haben wir in Raum 3 Robin van der Grint über die Kreuzungen da können alle Infrastrukturnerds einmal direkt sich um die holländische Kreuzung leidenschaftlich diskutieren da haben wir ausgewiesenen Experten zum Thema und in Raum 4 geht Johann Diepens zum Netzwerk als Grundlage für einen Mobilitätsansatz also einmal unten raufklicken auf das Icon Breakout Rooms und dann kann man runterscrollen da gibt es die vier Räume und mit dem Klick auf Join ist man drin 20 Minuten und danach sehen wir uns nochmal zum Abschluss hier im Plenum so boom jetzt sind wir plötzlich aus unseren Gruppen rausgeschmissen worden Herr Schuch war bei meiner Gruppe gerade mitten in der Beschreibung des Amtsbedarfs der 90er Jahre und irgendjemand anderes war auch gerade noch am Reden als er hier reingebeamt wurde Ja Bernhard du bist du sprichst aber du bist stumpf heißt du das Ja bei mir in der Gruppe wurde gerade aus Bremen gemeldet dass der Bus jetzt im MIV Stau steht weil eine Spur dem Fahrradverkehr gewidmet worden ist und davor war eine Stellungnahme aus Hamburg die große Überlappung von allen möglichen Auflagen mit Wasser und Kabeln und so weiter das das klang schon nach Unmöglichkeiten in der um in der Fahrradplanung voranzukommen oder in der Umsetzung aber zurück zu dir Dachmar Ja auch Herr Schuch wollen Sie Ihren Gedanken noch beenden Amsterdam der 90er Jahre alles mit dem KMH fröhlich dahin Ja in den 90er Jahren war das so die Einheitsgeschwindigkeit in Amsterdam und alle sind schön geflossen und wer schneller gefahren ist da wusste man das war ein Deutscher mit einem deutschen Fahrrad man konnte das immer sehr schön unterscheiden entweder war es ein Hollandfahrrad das waren die Einheimischen oder und das hat sich radikal geändert ich meine Niedern ist ja mittlerweile das Land wo am meisten Pedelecs verkauft werden und ich war jetzt Ostern in Amsterdam der Stress auf den Radwegen ist deutlich höher geworden ich komme schon eher dem Stress den wir auf Autostraßen in Deutschland mit Fahrrädern haben entgegen und ich denke mir da kommt noch eine riesige Herausforderung auf die Niederlander zu die Infrastruktur die sie sage ich mal in den 90er Jahren mit diesem Fahrrad wo es die Test gemacht hat wie mussten die Fahrradwege sein der Erfolg ist jetzt diese differenzierte Geschwindigkeiten und damit haben sie sich ein neues Problem reingeholt was sie wieder bearbeiten können es ist immer spannend rüber zu gucken einziger Unterschied früher waren wir 20 Jahre hinterher jetzt sind wir 40 Jahre hinterher in Deutschland und wir hatten auch gehört dass auf der Bergmannstraße in Berlin Tempo 10 angeordnet ist auf einer Hauptradroute das ist typisch deutsch da haben die Beamten ziehen sich zurück ich habe es angewiesen und ich bin dann raus hauptsächlich Arbeit die jemand im Amt macht ist sicher zu sein oder keine Arbeit zu haben nur ein Drittel der Zeit arbeitet er ich weiß wovon ich rede ich bin nämlich selbst in der Landesverwaltung und wenn dann was falsch gemacht wird sind es immer die bösen Verkehrsteilnehmer die überhaupt nicht verstehen was wir tollen Planer gemacht haben aber ich halte es da lieber mit den Menschen aus Kopenhagen die sagen wenn massenhaft Leute was falsch machen an einer Kreuzung oder einer Straße dann hat der Planer was falsch gemacht nicht die Leute alles klar dann haben wir noch was aus der Gruppe gehört und Veränderung was mich interessiert jetzt noch jetzt zum Abschluss unserer letzten drei Minuten was Sie mitnehmen wir haben schon gehört von Herrn Schuch gerne auch aus der Gruppe Infrastruktur oder bei Angela schreiben Sie doch gern einfach oder jeder für sich in den Chat also jeder schreibt in den Chat für uns alle was Sie aus diesen anderthalb Stunden Austausch über und mit Ihnen der Lande mitnehmen was war für Sie jetzt heute hier vielleicht interessant oder welche Frage beschäftigt Sie noch was ist so ein Key Takeaway würde man sozusagen kann man es auch nennen oder was nehmen Sie mit schreiben Sie es doch gern in den Chat es wird nicht einfacher ja das war jetzt auch ein geraden Wort von Herrn Schuch hat auch niemand behauptet nothing is perfect but dreams are necessary sehr gut sehr schön wir sollten unsere Gedanken nicht beschneiden vielleicht in gewisser Weise Niederlande sind nicht perfekt aber immer noch ein Vorbild wir können lernen was wir nicht nachmachen sollen ja genau vielleicht können wir auch das Beste von allen Welten nehmen und Deutschland noch bessere Lösungen installieren warum auch nicht und dafür brauchen wir auf jeden Fall Inspiration und Diskurs die Zeit war viel zu kurz gibt einen großen Bedarf okay es genügt nicht nur auf ein Verkehrsmittel zu achten wir müssen das Gesamte im Blick halten werden wir eine Aufnahme erhalten nehmen Sie mit ja Sie können das nachsehen wir haben das Webinar aufgezeichnet es wird dann auf dem also wir schicken Ihnen den Link rum aber die kleinen Gruppendiskurse wurden nicht aufgezeichnet wie gesagt sollte man da ja im geschützten Raum miteinander reden können Landesverwaltungen sind überbewertet okay die Probleme sind häufig die gleichen nur die Reaktionen anders finde das eine sehr interessante Sichtweise wir können durch den Austausch miteinander lernen das ja total wertvoll was Sie jetzt hier schreiben mein Fazit wir sollten nicht nach niederländischem Vorbild mehr geschützte Kreuzungen bauen sondern mehr Kreisverkehre das ist Ihr Fazit gut wir müssen dringend innerhalb der Straßenverkehrsgesetze Spielraum verhandeln der Verwaltung schaffen ja die STVO-Bearbeitung aber auch immer Thema in der Fahrradakademie andererseits man sollte vielleicht auch nicht auf die perfekten Rahmenbedingungen warten ehe man handelt weil man dann einfach nicht handelt und ich glaube in dieser Legislatur es wird leicht noch Erfolge aber wir können nicht von der Revolution von der Revolution warten viele Sachen die Sie hier als Impulse geben dazu zwei Dinge erstens möchte ich Sie einladen die sich für geschützte Kreuzungen interessieren zur Info am 19.06. haben wir einen Workshop wir arbeiten mit der TU Dresden gemeinsam an dem BAST-Forschungsprojekt zur Sicherheit und Einsatzbereichen geschützter Kreuzungen das wird die State-of-the-Art Diskussion geben wer für eine Kommune arbeitet oder Selbstplaner ist kann sich da gerne mal melden geht es um wirklich den Diskurs auch was in Zukunft in den Regelwerken stehen soll wenn Sie auf der Velocity sind können Sie uns da gerne treffen mehrere Kollegen haben Vorträge wir haben auch einen Stand gemeinsam mit dem DIFU auf der Velocity das freut mich sehr können wir uns gerne persönlich auch treffen und kennenlernen und wenn Sie an weitere Veranstaltungen dieser Art interessiert sind dann können Sie sich für unsere Newsletter eintragen also wir machen wir haben allgemein Newsletter auf Englisch und es gibt aber natürlich auch eine Mailing-Liste wo wir halt nur solche Veranstaltungen wie diese für den deutschsprachigen Raum bekannt geben der Link wurde gerade eben im Chat geteilt da können Sie sich auch nur explizit für die deutschsprachendigen eintragen und jetzt noch zum Abschluss an Sie die Frage haben Sie Interesse an weiteren Webinaren dieser Art denn normalerweise ist die Mobicon Academy ein Format auf Englisch normalerweise auch nicht in diesem Live-Austausch sondern produziert im Studio wir können aber durchaus überlegen was wir für den deutschsprachigen Raum machen in Zukunft daher gerne Ihr Feedback haben Sie Interesse an mehr Veranstaltungen dieser Art ich sehe hier einzelne Daumen und wenn ja gibt es Themen die sich wünschen wenn das so ist dann schreiben Sie gerne in den Chat ja und zwar xxy oder auch nö danke ist auch in Ordnung sind daher auch in einem recht pragmatischen Volk unterwegs gerne mehr das freut uns natürlich sehr schön dass Sie sich die Zeit genommen haben schreiben Sie gerne noch in den Chat gibt es noch irgendwelche weiteren Fragen oder Anmerkungen zum Abschluss bevor ich mich nochmal allerherzlichst danke ah Johann hebt die Hand natürlich ja naja ja und dann Dachmar vielen Dank für die Vorsetzung von dieser Diskussion ich möchte nur sagen dass nächste Woche am Donnerstag bin ich auch mit Dachmar und Bernhard in Berlin wenn das interessant ist für Leute können wir vielleicht irgendwo etwas trinken am Abend wenn das möglich ist und man es interessant findet um weiterzureden über diese Sache und das kann man eine E-Mail schicken zum Dachmar was mich betrifft aber das ist kann spontan kommt das auch in meinen Kopf eigentlich ist das viele Leute aus Berlin habe ich gesehen so wenn das interessant ist für Leute können wir das machen am Donnerstagabend aber nicht nötig aber kann interessant sein danke Dachmar ok gut das ist die Einladung zum Diskurs ich bedanke mich bei allen die heute hier im Raum sind dass sie sich die Zeit genommen haben danke an alle Referentinnen und Referenten auch an Anna Weiner im Hintergrund die dieses Webinar technisch möglich gemacht hat und Marien für die Videoedition und ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche noch einen schönen Nachmittag Vielen Dank Tschüss